Was ist denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! Da! Setz dich doch! Ich hab uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was soll denn das werden? Nix. Ich dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Möchtest du was trinken? Wenn du meinst, ich ficke mit dir nur, weil du was für mich getan hast, vergiss es. Das war doch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.